ja hallo freunde und willkommen heute mit einem kurzen video und zwar habe ich für euch ein paar mehr oder weniger interessanten dinge über facebook gesammelt und hier in einem ganz kurzen video zusammengestellt ich hoffe dass es euch gefällt und ja viel spaß beim zuschauen bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.